Wir sind für den Brandschutz zuständig mit. Woran hapert es denn da eigentlich da? Ich sage mal, das ganze Konstrukt ist relativ komplex. Es sind so viele Firmen zuständig oder Zugange. Und man muss halt auch die anderen verlassen können. Und wenn die Vorleistung nicht stimmt, dann kannst du auch selber nicht gut arbeiten, sage ich mal. Dann musst du halt von vorne anfangen. Warum kann man das Ding nicht einfach jetzt mal in einem Rutsch fertig machen und dann ist das Ding durch? Ja, aber ich bin auch nicht so lange hier bisher und blicke auch noch nicht ganz durch. Es gibt viele Änderungen und Umbauten. Da ist noch viel zu machen. Vor allem im E3 oben. Da sieht es noch ziemlich wiss aus. Ja, das ist das dritte Obergeschoss. Da sind dann bloß die Technikräume und viel Kabel. Die gehen dann auch runter in die einzelnen Geschosse. Wie sieht das aus? Ja, da ist noch viel im Umbau. Überall hängt es mal dort, mal dort. Und dann baut sich das immer nach und nach auf. Die eine Firma nicht weiterkommt. Kann die andere wieder nicht. Und so schleppt sich alles manches so dahin.